Hallöchen! Willkommen zu einer neuen Runde Ormsi 2 hier auf dem schönen Geroldstein. Wir sind ja gerade noch bei der Linie Niederzissl zum Schul... Niederrüssel zu Fürstenau-Schule. Also es gibt einmal einen Umlauf, zwei Umlauf noch zwei andere. Also ich bin hoffentlich richtig dabei. Ansonsten, ihr kennt mich ja alle, wie ich hier bin und lebt und lebt mit Schildern. Und ja, in wenigen Minuten geht es auch schon los, aber ich würde einfach mal sagen, wir werden uns gleich mal da in den Einsteigerpark gehen. Frage ist nur, wo? Jetzt wollen wir mal kurz die Schilder aktivieren. Da muss man hin. Kommt ihr auch zu mir gelaufen? Nein. Na gut, dann müssen wir wohl übrige mal den... ... kurzes Wendermann überfahren. Aber hier sind wir auch schon vorbeigefahren in der letzten, in der ersten Folge. Wir werden mal schön eine Warnblinker reinhauen, dann klappt das schon. So. Morgen. 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 Hallo. Hallo. Ja, wir wollen bitteschön. Das meinte ich, das... Gerne. Ein Fahrschein bitte. Die Interaktion, das... Danke schön. Wollte das für Schüler bitte. Danke. Eine Kurzschrecke bitte. Eine Kurzschrecke bitte. Dankeschön Einmal Kurzstrecke Schüler, bitte Danke Hallo Hallo, Morgen Einmal normal, bitte Danke Einmal die Kurzstrecke Jawohl Ich liebe den kurzen Schauen wir mit Oh, Kollege, steht er im Weg Und nein, das ist nicht die X19 Ich bestelle doch irgendwas vor Was Problem ist So, machen wir uns nochmal hier alles dunkel Sechs Minuten Guten Morgen Ach, Moin Keine Fahrkarte, die die ganzen Zeit Hallo, hallo Guten Morgen Hallo Guten Morgen Morgen Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte So, Abfahrt Au, wann haben wir denn da? Kein Welküre Ein wunderschönen guten Morgen Schöne Schicht wünscht dir Vielleicht sieht man sich ja irgendwo mal im Streamchen Oh, ich bin mal gespannt, wie das jetzt die Strecke wird Muss halt hier eigentlich in Schnee liegen, ne? Ihr kennt das ja Ich muss nämlich hier rein Fiel mir gerade auf Aber hey Das bin ja nur ich, der dann hier sich da verfährt, ne? Ich hätte auch in die Tonne gekloppt Naja Aber so ist es halt Ja Auf jeden Fall ein strammes, ein strammes Fahrplan Guten Morgen Hallo Guten Morgen Morgen Ich habe letztens auch gesehen, wir haben über Über 120 Euro nur an Tickets eingenommen, ne? Das ist Wahnsinn Ich bin eine Einwahl der Schüler Dankeschön Morgen Manni Ja Einmal eine Kurzstrecke, bitte Abfahrt Da würde ich auch mal gerne wissen, wie viele Fahrpläne, äh, Fahrgäste ich da jetzt drin habe Was man sich so ein Dreieck vorstelle Und Abfahrt Oh, du bist aber ganz schön verwuchert hier Hahahaha Heftig Komm so rein, steigen Sie aus Oh nein So. Abfahrt. Na, ist das zu verkehrt zu regnen? Bin ich auch einverstanden. Hoppala. Fängt schon wieder an. Na, jetzt lassen wir mal, ob es oben sind. Hoppala. Stärker Sound auf jeden Fall, ey. Jetzt müssen wir mal mit dem Überlandbus da mal fahren. Boah, der fährt ja, das ist ja ungeordentlich. Da hat er in der Tür auch schnell nie gewonnen. Man, ich aber immer doch. Ah, toll. Moin. Aber gerne doch. Nehmen wir her mit den Moneten. Gerne. Ah, her mit den Moneten. Dann fällt uns das startzäglichen DL, äh, der rein Silbergold. Nochmal hin. Ob hier auch noch Linienführung lang geht. Längst abzweigen wird bestimmt auch schön sein, ey. Muss man es mal merken. Oh, was habe ich noch? Aber gerne doch. Ich habe gerade was Geiles gesehen. Was Schönes. Was Tolles. Guck mal, seht ihr das hier? Nice. Leute, ihr müsst doch das kennen. Da gab es auch mal eine Reportage. Sucht mal im Internet nach der Reportage. Leben im Eisenbahn-Vagon. Hätten, ich glaube, links jetzt fahren sollen, ne? Oh, das kann man sogar noch. Kreisverkehr. Ich gucke mir mal einfach mal aus, ja. Ja, haben wir richtig gemacht. Das haben wir richtig gemacht. Moin. Ja, wenn es wird wild aus mir ist, ist auch egal. Jetzt war der, jetzt war der Herr laufen müssen. Boah, voll durch. Ja. Das heißt, selbst wenn ihr zurückfahren würdet, ja, müsst ihr trotzdem hier reinfahren. Ja. Müssen wir mal mit Kapazity mal machen, ne? Krasses Ding, ey. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja. Was ist das für ein Gebäude? Feuerwehr oder was? Hallo. Moin, moin. Ach, das ist ein Bus-Depot. Ein Bus-Depot. Kürzfürstenstein, jawohl. Ja, moin. Ja, es geht, lässt grüßen. Kollege. Kollege. Bus-Depot, wie cool. Als hätte ich noch nie ein Bus-Depot gesehen. Ja, klar. Aber baut mal ein exzellentes, ein außergewöhnliches Bus-Depot. Ja, fliegt tief, ist ja egal. Aber so richtig außergewöhnlich. Das wäre... Das wäre das Kartenmaterial. Hm. Wer will schon da reinfahren? Na, da ist nix. Weiter gern. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, haben wir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Bartalo. Ciao, ciao.